Ab dem 1. Oktober 2014 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in München-Fostenried. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie eine Einbauküche. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 790 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017